Ich freue mich sehr, dass wir heute als Symbol für diese Freundschaft und als auch das Symbol für die Verbundenheit zwischen den Ungarn und Henningsdorfen hier heute etwas anderes noch vorzuhören schlagen lassen können. Das habe ich kurz mal aufgeschrieben, dass ich richtig informiert bin. Eine ungarische Züchtung, die wir heute hier in den Boden setzen. Eine mannere Züchtung, die wir heute hier in den Boden setzen. Sokai, Elgen, Afa, Esa, Niemet, Maja, Baratschak. Ist das richtig aus? Ja, ja. Vielen Dank. Liebe ungarische Freunde, liebe ehemalige Arbeitskolleginnen und Kollegen, Liebe Henningsdorfer, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Ich möchte Sie allerherzlich willkommen heißen bei der Pflanzung dieser Freundschaftsbäume in Henningsdorf. Dieser Baum der deutscher-ungarischen Freundschaft setzt eine lange Tradition vor und ist schon der zwölfste Baum in der Reihe der freutesten Bäume in dem Gebiet der ehemaligen DDR. Bis jetzt führte Bäume der Freundschaft. 2008 in Herrn Erfurth, das war der erste. 2010 in Leipzig und Bad Nürnberg. 2010 in Kölnbenitz, die ehemalige Dammastad. 2011 in Bad Erfisdorf, Sömerdorf, Radeberg. Diese Tradition wird schon dort fortsetzen und auch die anderen Städte, wo früher ungarische Jugendliche gearbeitet haben, werden heute Räume geplant. Ein großer Dankeschön gilt der Leitung der Stadt für ihre Unterstützung und der Organisatoren dieser Aktion, die alle zur Pflanzung dieses Freundschaftsbäumes weitergetragen haben. Schließlich denken wir auch an denen, die heute nicht mehr hier und sein und feiern können. Heute Abend auf 8.10 Uhr hätten wir in der Stadt der Werke eine zusammensurten Abend auf der Räumen statt. Sie würden uns freuen, wenn Sie daran sagen, Ihnen kommen. Als Gäste werken Sie in der Ballintag und wünschen Ihnen viel Spaß bei der heutigen Aktion und möge unsere Form gut verteilen. Sie können uns auf der Räumen stattfinden. Das haben Sie alle etwas gesagt, ich sage auch etwas, bitte komm mal ein bisschen näher, ungarische Feuerwässerchen und... Das ist eine von den Ersten, die die gefährliche Medizymatik... Ich gebe Ihnen eine Zeitung. Ich komme noch... Ja, da ist es... 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 Zuck mir in den Tisch, ja... Ja... Ja, ja... Ja, jetzt... Ja... Etkisch... Etkisch Palinkat, etkisch Palinkat... Ich habe unter Maria gesprungen und die Fallen nach Romina. Ich habe unter Maria gesprungen und die Fallen nach Romina.